Hallo ihr Lieben! Aus dem Garten im Wiesengrund in Tangerhütte grüßen herzlich der Markus und die Franzi. Hallöchen! Und wir wollen jetzt die nächsten Tage noch mal aufmerksam machen auf unsere beste Begegnung am 16. Juni im Tiergarten in Stendern. Stendern liegt 50 Kilometer von Magdeburg Richtung Norden. Schönes Städtchen. Wir haben einen Tiergarten und dort erwarten euch viele Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung. Eine tolle Talkrunde mit dem Moderator Stefan Berlschein. Wir haben die Stendaler. Was haben wir Franzi? Wir haben die Prosecco Perl. Wir haben den Jazzchor Stendal. Wir haben die tolle Band Tick Too Loud. Ja und dann haben wir noch jede Menge Überraschungen und Kinderprogramm mit dem Zirkus Knopp. Gibt es natürlich auch. Wir verraten noch nicht alles. Euch erwarten hoffentlich gutes Wetter. Ja Franzi? Gutes Wetter? Gutes Wetter auf jeden Fall und viel Stimmung. Viel Stimmung. Wenn Fragen sind unten schreiben wir noch rein meine Telefonnummer 01723940 170 und ansonsten hoffentlich sehen wir uns am 16. Juni in Stendal. Wer sich auf dieses TikTok Video meldet mit dem Stichwort Tick Tock. Bekommt von mir persönlich ein Eis. So also hoffentlich bis bald. Bitte dieses Video teilen, weitergeben und nach Stelle herkommen. Liebe Grüße. Tschüss.